So, hier ist ein guter Morgen vom Honda, die sind jetzt gerade unterwegs zum Axel Baustelle, ja, nur mir, nicht alleine, der möchte einen Ausunfall fertig in Neuenau, ja, den letzten Sonntag, Frühling um Städtchen, ich habe nicht wirklich was gefilmt, war einfach nur Pisswetter, ist einfach blöd, blöd gelaufen, heute scheint wieder die Sonne, so ist halt wahrscheinlich, ja, gehellet habe ich mich wahrscheinlich auch, ja, alles richtig gemacht, gut, ich sammle das mit Bagost ganz gut an, mit dem Geschicklichkeitsspiel, Samstag war auch relativ viel los, gerade da mit LKW fahren, die ganzen letzten drei, vier, fünf Tage waren ziemlich viel los, mit dem LKW fahren und wenn jemand kennt, wo irgendwie halbtags oder sowas bei mir Lust hätte, mit dem LKW zu fahren oder, keine Ahnung, drei Tage in der Woche oder sowas, ein bisschen LKW fahren, ein bisschen Bagger fahren, habe ich mir echt gerne gesehen, weil, ja, ich will ja eigentlich gar nicht die Baggerarbeit und sowas anbieten, das ist ja eigentlich, das ist wie gesagt Konkurrenz, aber bin ja ein Mitbewerber von meiner Kundschaft, was ja eigentlich dämlich ist, ich habe die damals ja nur gekauft zum Vermieten, die Baumaschinen oder die Bagger, und, ja, mittlerweile zu viel mit Fahrern und so weiter, und das ist ja eigentlich gar mein Hauptding, die Baggerarbeiten, ich habe es ja auch nicht gelernt oder so weiter, so Fahrgutlegende Sachen bringe ich schon hin, ja, aber, dass ich da sagen kann, dass ich gut wach bin, bedingt, sage ich einfach mal. Ähm, ja, der Basti macht heute morgen mal den UVV an der Hehebühne, Superarbeitsbühne, David tut die neueste Wirtbestellung einräumen, ich kann euch ja noch kurz zeigen, was da so gekommen ist, an Gleitteilen wieder, dann haben wir jetzt wirklich alles, ich muss es schön sagen, in Stock, sind jetzt hier Kleinteile, Schrauben, Normteile, ja, dann macht er dann ein paar Pflichter noch falsch fertig, ähm, ja, sonst, steht die Woche noch an, steht eigentlich im Notizbuch drinnen bei mir, schauen wir mal, was die Woche so bringt, soviel davon, bis dahin. Jaa, ja, 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 ja. Das war's. Schrauben sind jetzt alle reingemacht, eingelebt mit Hochfest. Wer die raus machen muss, arme Sau. Hoffentlich nicht mir. Jetzt kommt wieder die Hydraulik drauf von dem Ölquick. Jetzt werden wir einen verschissenen Einschrauber, den kein Mensch hat. In Baden-Württemberg, Deutschland. Sonst irgendjemand. Doch bei Granite in der Lüche. In Hasslinge. Keine Ahnung, wie das heißt. Irgendein Tropfen im Norden. Ja. Scheiße auf jeden Fall. Gucken wir mal, vielleicht kriegen wir was zusammen. Irgendwie eine glatte Schlachter oder sowas. Da kommen wir alles hin. So, Feierabend heute. War auf den Lkw fahren. Ich glaube, Axel war der ganze Tag. Eigentlich ist es nur halb der Tag, aber jetzt glaube ich war der ganze Tag. Genau. Meine Jungs haben an dem Pellshop weitergemacht. Morgen kommt der Brandson-Frontlader endlich. Ähm, dass wir da weitermachen können. Für das Ölquick ist heute auch alles von uns gekommen. Die Senkkopfschau, die Fäder noch. Da kommen wir aber auch alles noch von uns hin. Ja. Das war heute an einem Gasstapler aus unterwegs. Da ist der Zinnverteiler und so weiter. Ähm, ja. Dann. Morgen macht er noch voll weiter. Ähm, da bin ja endlich mal wieder im Büro, was richtig notwendig ist. Ja. Sonst würde ich eigentlich nicht. Halsweh habe. Wurde eher niemand. Genau. Soviel mal davon. Euch auch. Schönen Abend. Bis morgen. So. Immer wieder nochmal. Ich hab was ganz vergessen. Vielen Dank nochmal Jens an der Ostraße. War lecker. Das sind jetzt auch wieder alle da. Da haben wir jetzt auch wirklich wirklich von bis Windstange da. Dann wird es jetzt nicht mehr verändern. Ich glaube wenn man jeweils 5,20 Stück oder sowas. Und was auch noch komisch. Hier diese ganzen kleinen Teile. Hier Sicherungsscheibe. Hier Sicherungsringe für Wellen. Und hier Verbolzen. Wir schicken auch hinten um. Äh, Verbohrungen. Splinte. Splinte. Klappsplint. Oh mein Gott ist nicht so ganz schön gut. Das ist schon ganz schön gut voll da vorne. Scheiße. Normaler Splintstecker. Ist doch scheiße. Der Kapsch wird, dass die Verpackung sein hat passt. Und das ist. Jetzt geht nicht mehr auf. Hier auch nochmal eine große Ganze. Was gehört da rein? Karabiner. Herr Gott. Ich bin ja jetzt für ein Kletterer. Das sind so Sachen. Kann man noch weiter schneiden und dann noch nieder. Und dann auch noch leer. Aber genau jetzt die ganze Sache da. Hier sind eine Blechdrausschraube drinnen. Mit was weiß ich wie viele unterschiedliche Köpfe. Ach kein Mensch. Wenn wir ehrlich sind. Dann hier Ohrringe habe ich schon Sortimente selber. Brauchen wir auch nicht. Kupferring haben wir komplett aufmunitioniert. Von bis also wirklich. Da fehlen wir auch ein paar einzelne Einheiten. Genau. Schnirrnippel haben wir vorher schon da gehabt. Und wieder spezielle. Dann Usidringe. Auch immer ziemlich wichtig in der Hydraulik auf jeden Fall. Es ist noch alles gekommen. Schlaugstelle. Die haben wir schon länger. Genau. Dann hier ist kurz noch relativ mau. Und das ist quasi auch so, dass viele Schublade noch leer sind. Also das kommt dann nach und nach. Ich habe noch ein paar Sätze bestellt bei Kramp. So spezielle Ohrringe, Welle, Kettenschlösser. Ja. Aber ich sage mal so. Jetzt hat man halt ein wenig was da. Weil wie nervig ist das, wenn ich so scheiß Sicherungsring hier irgendwo durch die Weltschichte zu fahren. Und dann erst noch das bekommen was man braucht. Wie nervig ist das Ultra. Und kostet auch sehr sehr viel Geld. Weil das Problem ist, das Ding kostet 4 Cent oder was weiß ich im EK. Oder lass einen Euro sein. Wenn sie da ist, ist immer gleich scheiße. Eine halbe Stunde ist immer gleich am Sack, wenn irgendwo irgendwas wollen muss. Und deswegen, wenn ich relativ viel da habe und gerade für Kunden, wenn sie sagen, du hättest mir noch ein paar Schrauben. Dann sage ich, na klar habe ich noch ein paar Inbusschrauben M10x80. Wie viel brauchst du? Oder sage ich, hm, ja ich habe bestimmt noch ein paar M16x80 da. Sechs kann Schrauben. Kein Problem. Das sind halt solche Sachen, wo ich Wert drauf lege. Dass sowas da ist. Dass wir schaffen können, dass es da keine Komplikationen gibt. Genau. Man kann nie alles da haben. Auf gar keinen Fall. Aber, ähm, sehr viel. Kann man da haben. Und will ich auch da haben. Und dass es auch funktioniert. Dass man es da hat und sofort einsetzen kann. So viel mal davon zu der kleinen Exkursion hier. So, Servus, Zimmer. Ähm, jetzt habe ich gerade noch ein Mund geholfen vom Klaus. Muss man auch noch, äh, unterbringen. Entsorgen. Genau, ähm, heute war ja eigentlich noch der ganze Tag im Büro, wo ist viel liegen geblieben die letzten Tage. Ähm, ja, der David hat die Oku-Platte von uns fertig gemacht. Das ist das Problem. Da fällt ein verschissener Einschrauber noch. an ORF. 1.3-16-12-Zoll. Das sind so Teile, wo niemand hat. Ich habe wirklich alle abtelefoniert. Ich habe den Walz angerufen. Wo ich echt auch schon viel da hatte, wo meine zwei Kerle da, äh, gesagt haben. Die sind von meinem Lernabreiß nicht da immer viel geholfen. Der hat leider auch nichts da. Ja, Rühle hat nichts da, äh, ja, wirklich jegliche Kundschaft abtelefoniert. Was heißt Kundschaft? Äh, bekannte Unternehmen, Hydrauliker. Gibt einfach nichts auf Lager. Ist auch nicht gerade gängig. Ähm, ja, sonst hätten wir uns noch vollends fertiggebracht. Jetzt hoffen wir mal, dass es morgen kommt. Es hätte eigentlich heute schon kommen sollen. Ja, haben wir momentan wieder Lieferzeiten. Ich brauche heute Urlaub jetzt nicht weiter voll zu heulen. Ähm, an dem Volvo-Bagger haben wir weitergemacht. Da haben wir, ähm, den wird wieder abgedichtet und soweit sein gemacht, dass wir dann weitere Versuche testen können, wo wir hoffentlich irgendwann mal mit Erfolg gesät sind. Ähm, sonst gibt es auch nicht so viel zu erzählen. Der Axel hat dann auch mal ein bisschen Betto gebracht und dann wieder aufbereitet und recyceln. Ja, vielleicht mache ich demnächst mal noch eine, äh, Instagram-Umfrage. Und zwar gerade Richtung, äh, Siebanlage. Da bin ich, beschäftige mich schon eine Weile damit, ob man da vielleicht was hertut oder was nicht. Man hat ja mal geschwätzt vom, oder ich habe ja mal einen Tag gehabt, also eine kleine, die war mir eigentlich zu klein. Ja, das ist die Frage, wie wir da weiter vorgehen, was oder wie man da vorgeht. Weiß ich selber nicht so ganz, ich gehe zu finden, wenn es da her weh. Ich mache jetzt Feierabend um, äh, halb acht. Ist auch ziemlich schön lang hell, ist das Gute dran. Ja, so viel mehr da davon. Und morgen werde ich vielleicht wegen Zeitrafen machen von dem Brandson, wie wir da den Frontlader machen. Ähm, werde das vielleicht da im V-Log dann ein bisschen, ähm, begleiten. Also nicht V-Log, sondern, wie nennen wir das, neue, neue Programm oder neue, ähm, neue Format, was wir machen. Ja, Mannbau, ganz wichtig, dass er drauf ist, gell? Mario, süß. Mario ist nicht Mario. Und eure Konzerte drauf. Müssen wir auch noch schwätzen über dein, ähm, Planierschild für deinen Bobcat, da noch was nachbekommen. Ähm, ja, wie das neue Format nennen. Geschichte aus ein paar Lama-Karten, hm, keine Ahnung. Äh, was fällt mir da so spontan ein? Vielleicht habt ihr eine Idee, schreibt es unten in die Kommentare rein. Äh, ja, keine Ahnung. Einfach vielleicht die Reparatur, wenn ich jetzt reinschreibe, ähm, M-Betrag, Zylinderkopfdefekt, Reparatur, Ursache, irgendwie sowas vielleicht, oder? Genau, dann nicht einfach so mit V-Log aus der Werkstatt so getönt, sondern nicht mit vorn hin, sondern einfach nur, was ist, was passiert ist. Gebert stellt vor, oder GLB, also Gebert Land- und Baumaschinen, präsentiert. Ne, präsentiert er auch nicht. Der Kunde präsentiert es ja uns, dann muss ich mir gucken, dass wir es wieder hinbekommen haben, aber wie im meisten Fall schon. Ja, das ist mal Fakt soweit. So viel mal davon. Bis morgen. Schönen Abend. Ähm, wann da der Start für den Brandson? Jetzt endlich eine Schaufel, eine ganze Speisküppel voll mit Zubehör, Steilgeld, was weiß ich nicht alles. Ähm, das tun wir dann morgen montieren, das dann fertig wird. Was ich mache gerade noch an einem Grasmeer von meinem Vater? Äh, Entschuldigung, ein Vertikultierer. Ähm, Ding vollziehen. Ding vollziehen. Taggezack. Kundendienst, alter Sprit, riecht richtig alt, gell? Und da tun wir unseren guten Silikat-Frei Sprit rein, wo er dann wieder keine Probleme macht bei längerer Standzeit. Oh, hier vorne noch kurz. Anbau wird dich da schlaßenweit verschlaucht. Hier. Wie man sehen kann, jetzt fällt hier bloß noch so unsere blöde Stutze hier oben, dass wir es voll fertig machen können. Das ist was ziemlich spezielles. Irgendwo, das können wir so lassen. Das sieht ganz ordentlich aus. Genau. Soweit mal da davon. So, hier. Guten Morgen vom Dienstag. Ne, Mittwoch ist heute. Ähm, David macht dann noch den Ölwechsel, was noch fällig ist. Weil da kommt man sonst blöd nach. Wenn dann die Konsole voll dran ist, machen wir das gleich vorher geschwind. Die eine Konsole ist schon dran. Dann kommt der Unterzug nach. Äh, vorne der Bügel. Drüben die Konsole ist auch schon dran. Da drauf waren alle gemacht. Dann kommt der Unterzug, der weiß noch nicht, kommt noch nach. Genau. Ähm, dann Hydraulik ist ja ja alles soweit. selbst schon gelernt, sag ich mal. Sogar mit Kabelbinden und allem. Ähm, immer halten wir halb mal ein Zahnrad, das wäre noch keine Spundene Schuhe. Ich bin ja Maggen von mir. Ähm, Oberverdichter ist fertig, endlich. Mit einem scheiß A- und A- Schraubstützen hat es ja noch gehoben. Ja, genau. Soweit einmal von Mittwoch. Da will ich mit David noch ein bisschen bei seinem Geschäft. Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. 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 Das ist gut. Bis zum nächsten Mal. 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 Fehler gefunden, macht mich ein kleines bisschen stolz, war jetzt ein Digi-Switch Bohrgerät, also so ein Horizontalspülbohrgerät, bin mir jetzt wieder gar kein Experte, aber irgendwas in die Richtung, die bohren da quasi unter der Autobahnbrücke durch und dann wieder drüben auf, für Leitung und so weiter wird er wahrscheinlich dann durchgezogen. Also Fehler war an der ganzen Maschine, die haben entbluttankt, waren nicht leer, 20% oder sowas waren noch drin, haben sie entbluttankt und dadurch, dass die ein kleines bisschen schräg steht, kann ich mir jetzt so vorstellen, ist, dass die dann ausgestiegen ist und gesagt hat, dass der Wert nicht plausibel sein kann, also dass es über 100% Füllung ist. Könnte ich mir jetzt so vorstellen, ich habe dann der Maschine einen 60% Wert nur vorgehaugelt, das kannst du kaum machen mit dem YAL-Tester oder was das, einen anderen Wert hat einfach vorgegeben, 60% weiß ich nicht ganz genau, habe dann den Fehler gelöscht, habe sie dann laufen lassen und sehe da, Fehler verschwunden. Es war zwar noch ein anderer Fehler drauf, dass irgendein System nicht erkannt worden ist oder wie auch immer, aber das ist so ein Fehler, der war schon die ganze Zeit drauf und der ist ja schon zigtausende Mal drauf. Da war uns ja ganz sicher, die Maschine zeigt jetzt auch keine Fehler mehr an, funktioniert alles, die waren jetzt noch 20 Minuten dabei, die können bohren, die können wieder weiterschaffen, der Kunde ist sehr zufrieden, wird wahrscheinlich auch öfters mal ein Folgenauftrag, dass was kommen, auch in Sachen Kundendienst und so weiter. Ja, ein kleines bisschen stolz ist man da jetzt schon, was man da so schafft. Ich muss auch nochmal Danke sagen an die Firma Granit, an den Anton, der mir da nochmal kurz geholfen hat, mit ein paar Kleinigkeiten, wie ich da weiterkomme. Und an die Firma Granit und Jaltest, das hat auch echt super geklappt, mit dem Tester. Das war jetzt so der erste Einsatz, wo es drauf ankommt. Die anderen Einsätze, weil ich mal so einen Fehler auslesen, mal ein wenig rumstuppern, mal ein wenig probieren. War jetzt so der erste Fehler, wo es drauf ankommt. Ich bin zufrieden damit und genau für SESA habe ich das gekauft, dass jemand anrufen kann. Samstag früh um 9 Uhr oder 8 Uhr, glaube ich, angerufen. Ich dann unterfahre, das Ding einstecke, Fehler suche. Gut, hat jetzt eine Stunde gedauert, aber ich habe keine Teile gebraucht, ich habe gar nichts gebraucht. Ich habe das Ding wieder zum Rennen gebracht und bin da echt glücklich, froh und stolz. Und, ja, hätte ich auch mal durchgeloppt. Genau, jetzt geht es heim. Ich muss nachher noch eine Maschine verladen für meinen Onkel, für den Vorladungs. Der hat eine verkauft. Die muss noch verladen werden und dann meine zwei Elektriker sind da, der Kevin Kepler und Lukas Weber. Die machen ja gerade noch die letzten Feinheiten für meine zwei Maschinen, also für die Drehbank und für die Niveau-Maschine. Wird fest angeschlossen. Für die Hydraulikpresse kommt eine feste Verkabelung hin, oder ziemlich fest, also ein Festo wie ein Kabeltrom, ich sage ich mal. Das ist ja noch nicht ganz final, wie wir das alles stellen und so weiter. Ähm, ja. Alles in allem, bis jetzt eine sehr erfolgreiche Woche. Morgen haben wir den ersten Mai aufgeteilt, 100 Birger, 180 Liter Bier. Wird auch gut was abgehen. Mein Baum steht Ascher. Bei uns an dem Hof. Keine Ahnung, der wächst da ein wenig rum, aber da am Birger. Ähm, einwandfrei. Kann der erste Mai kommen. So wie es ist gekehrt, standesgemäß. Baumstelle. Das war's. Da muss ich sagen, wenn man dazugehört, dass es immer wieder genieselt. Seichwetter, wenn man den Baum stellt. Ja, dann schlägen wir uns oben auf, machen den Trottler auch noch, ziehen ihn auf und gut ist, ohne großen Tamtam. Hi zusammen hier vom Montag, scheiß Timing, ich wollte gestern eigentlich das Video voll fertig machen, was euch so langsam immer kommt, wo ihr euch ja echt danach guckt, dass ihr sehen will kommen. Hat leider zeitlich nicht so ganz geklappt, hätte ich vielleicht auch ein bisschen früher aufstehen sollen, hab mir da kein Zeitrafen mehr hinbracht und alles, tut mir leid. Wäre bestimmt echt mega cool gewesen. Aber manchmal gehen dann einfach andere Sachen vor, dass es alles reibungslos klappt und man alles hinbekommt. will ja dann die Leute anwarten lassen, wie irgendein Quatsch, sag ich mal immer. Aber wenn es bestimmt einige gerne gesehen hätten, melde ich mich hier auf den Montag. Montagabend am 6.00 Uhr schneide ich jetzt gerade das Video und hoffe, euch hat es gefallen. Es ist vielleicht wieder ein bisschen arg lang, viele Statements, Gelaber, was weiß ich. Ob das euch gefällt, weiß ich nicht, ich hoffe doch. Und soviel da davon. Aber jetzt geht es wieder wie gewohnt weiter. Nächsten Sonntag kommt das nächste Video, da haben wir jetzt schon gleich wieder irgendwas gefilmt. und diese Woche stehen auch ein paar interessante Sachen an. Also seid gespannt. Bis dahin.